Hey Mädels, kommt mal her, hier geht voll die Papi ab! Ruhe, ist sogar noch warm. Hey, was machst du denn für eine Welle hier? Ich hab Kohldampf, Alter, und ich brauch dringend Kartoffelchips. Oh, dann guck mal hinterm Fernseher nach. Oh, ja, klar, danke. Ich will mehr. Da ist ja noch einer. Oh Mann, ist das lecker! Düster, düster! Voll krasse Rakete! Wow, extrem krass sogar. Und voll lecker! Wow, das ist ja ein herrliches Plätzchen hier. Wie im Himmel. Ah, total starker Imbiss. Wir sollten mal ein bisschen aufräumen. Aufräumen? Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich auch nicht. Hey, mach mal langsam. Und heb noch was für später auf. Hey, bringt ihr die Pizza? Wie, Enten. Mach's na ab, da. Mach's na ab, da. Und komm klar nicht wieder. Was soll's. Wir wollten ja immer schon mal einen neuen Bus. Cool! Heißes Teil! Na, das ist doch ein flottes Wegelchen, Jungs. Leder, Klima, ABS, SDR und fellüberzogene Dosenhalter. Lust auf ne Probefahrt? Wir steigen nicht bei Fremden ein, Alter. Nein, so war das nicht gemein. Seht ihn euch an. Na los, nicht so schüchtern. Übrigens, Frauen stehen auf Jungs mit dicken Bussen. Echt? Geräumiger Innenraum, modernes Design und unglaublich praktisch. Ganz schön steril, das Teil. Nicht nur das, sondern selbstreinigend. Passt auf. Nicht schlecht, hm? Darf ich auch mal? Abgefahren. Kurz und schmerzlos, Alter. So, und jetzt bin ich dran. Jo, mach hinne. Lass uns mal checken, was der Motor von dem Teil drauf hat. Ach, das sanfte Schnurren des Achtzylinders. Schön langsam, ja? Ah, war ja ein Fleck. Was ein Body. Cool, der Bus findet deinen Dreck auch voll abtörnt. Und volle Möhre los. Vorwärts. Jetzt hast du ihn geschrottet, Alter. Ach, kein Problem. Da muss der Bus mit klarkommen. So, und was hast du jetzt vor? Ein paar Schweinen in Hintern treten. Oh, ja. Langsam, ganz langsam. Nicht den Lack zerkratzen. So, Ben, jetzt putz mal den Bus nach. Hier kann man auch mal richtig auf den Putz hauen. Das Teil ist echt der Kracher. Ruellchen. Und jetzt gucken wir nach den Mädels. Starker Plan, Alter. Alter, das sind aber irgendwie Kühe. Voll langweilig. Ich gehe lieber mal ein bisschen skaten. Eine Limo für den Geekster. Und zwar zügig. Hey, du Wichtel, geh von meinem Brett weg. Oh nein. Meine ganzen Logos sind weggewischt. Los, bei Fuß. Böse Bürste, Böse, Böse, Böse. Böse Bürste. Was hast du denn zu gucken, Flex? Zieh dir das mal rein. Oh, oh, hört sich nach Ärger an. Siehst du das, wie mich der Aparillo anstarrt? Ja. Ja, das ist voll krass, Alter. Und ich kann sowas ja überhaupt nicht ab. Zeig ihm, wo der Frosch die Locken hat. Echt freier Schmiss, Alter. Was ist denn mit? Was machen wir? Wow, wow, wow. Weiß ein. Äh, Keule. Flinke Füße. Wow, dieser Saugerich ist ganz schön hartnäckig. Hey, Geeks, irgendwie macht das voll Gaudi. Dann kickt volle Kanüle. Los, los, die Kür weg. Und jetzt das Grün-Gewäsch. Saug die Stadt weg, saug die Stadt weg. Und jetzt das Eisblech. Und jetzt das Eisblech. Braves Mädchen, ganz fein happi-happer gemacht. Kuhl. Das war sogar noch Kuhl-er als Kuhl. Darf ich das über eure Kreditkarte abrechnen? Ach, nö. Ihr müsst einfach nur hier unterschreiben. Danke, aber das Teil hier ist Schrott. Unser alter Bus gefällt uns besser. Tschüssi, Koffi. Hey, wir nehmen ihn. Zu Hause ist es doch am schönsten. Alter, irgendwas müffelt hier drin? So was von oberfies. Du sitzt ja auch auf einem fetten Stück Käse. Ach, deswegen sind die Fliegen da. Nein, die sind da, weil du mal wieder eingemacht hast. Ha, selber eingemacht. Ja, na und? Max, ja... Hä, ha, ha, ha! Äh, hä, hä, hä! Alter, hä, hä! Äih, hä, hä, hä! vested in die Fl sterein ist es jetztην学.